5 Strategien, um mit Dropshipping 10.000 Euro oder mehr zu verdienen. Warum gerade 10.000 Euro? Weil du als Vollzeit-Selbstständiger mindestens im Monat 10.000 Euro verdienen möchtest oder musst, dass du überhaupt mal ein vernünftiges Gehalt beziehen kannst, dass du deine Fixkosten decken kannst, deswegen 10.000 Euro. Und deswegen möchte ich dir heute 5 Strategien mit auf den Weg geben, wie du schaffen kannst, diese 10.000 Euro und mehr im Monat zu verdienen. Und damit willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jonathan Nähgele und für alle, die ich noch nicht kenne, ich mache seit über 4 Jahren jetzt bereits Dropshipping und E-Commerce. Hier im Mentoring bei E-Commerce haben wir bereits über 180, 200 Leute dabei unterstützt, selber ein eigenes E-Commerce-Business aufzubauen. Und daher testen wir natürlich auf Tagesbasis neue Strategien. Auf Tagesbasis testen wir neue Sachen an und daher habe ich die Strategie nicht nur bei mir ausprobiert, sondern eben auch bei anderen Leuten und kann ihnen natürlich sehr detaillierte Insights geben, was funktioniert und was nicht. Und die erste Strategie, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist TikTok organisch. Und das ist eine Strategie, die wird von super vielen Leuten missverstanden, weil klar, du hast bei TikTok grundsätzlich den Vorteil, dass es nicht wie, ja, zum Beispiel bei Instagram oder bei anderen Plattformen accountbasiert ist. Das heißt, du hast nicht einen Account und je mehr Follower zum Beispiel dein Account hat, umso mehr Reichweite an sich bekommst du, sondern streng genommen hat jedes einzelne TikTok, was hochgeladen wird, die Chance, ja, organisch viral zu gehen. Das heißt, auch wenn du keine Beiträge hast, du hast keine Follower, du hast nichts, jedes TikTok hat an sich selbst die Chance, viral zu gehen. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu anderen Plattformen, weil bei Instagram, wenn du gerade keine Follower hast, du lädst irgendwas hoch, kein Mensch wird es sehen. So, weil du bist einfach auf dieser Follower-Schiene. Das hast du bei TikTok nicht. Bei TikTok ist es völlig egal, ob du Follower hast, wie viele Likes du in der Vergangenheit hast, jedes Video wird quasi neu einzeln vom Algorithmus bewertet. Und jetzt denken viele Leute, ach super, dann kann ich mich ja zurücklehnen, mach einfach ein Video und das wird dann wahrscheinlich eh viral gehen. Aber das ist meistens so nicht, weil erstens, damit du richtig gute TikToks produzieren kannst, solltest du irgendeine Form von Talent haben, du solltest irgendwas außergewöhnlich machen können. Weil du musst überlegen, welche Sachen gehen viral? Oftmals Sachen, die einfach nur, ja, gut darin sind, unsere Aufmerksamkeit zu halten. Wenn du selber mal durch TikTok oder durch YouTube oder durch Instagram-Reels scrollen bist, dann wirst du irgendwann merken, dass einfach nur Sachen, ja, die besonders gut die Aufmerksamkeit binden, eben oftmals viral gehen. Das heißt, kurzum, du brauchst einfach ein gewisses Talent, du musst die Leute irgendwie binden können. Oder anders gesagt, du musst einfach so viele TikToks raushauen, um zu schauen, was funktioniert und was nicht. Also du musst dir überlegen, Jeremy Fragrance, den bestimmt einige hier kennen, den du vielleicht auch kennst, der diese Parfüm-Reviews macht, von dem habe ich natürlich erfahren, dass er am Tag so irgendwie um die 5 bis 7 TikTok hochlädt und die meisten, und die allermeisten wieder löscht, weil sie einfach keine Reichweite bekommen. Ja, und so musst du das dann auch sehen. Das heißt, du brauchst extrem viel Zeit, mal mindestens 3, 4 Stunden am Tag, wenn nicht sogar mehr, die du einfach nur investierst, um am laufenden Band neue TikToks rauszuhauen, weil du einfach nicht jedes TikTok profitabel bekommen wirst oder überhaupt viral bekommen wirst. Das heißt natürlich, eine Sisyphus-Arbeit, sowas letztendlich zu manipulieren, dass es irgendwann mal viral geht. Das heißt, du brauchst da auf jeden Fall ein gutes Talent und deswegen ist es schwierig. Deswegen ist diese Strategie auch eigentlich gar nicht für Anfänger, weil gerade, wenn du vom Marketing noch nicht so ganz geschärft bist, dann ist es natürlich super schwierig, was Virales zu produzieren, was dann auch viel schwieriger ist, als wenn du TikTok hernimmst und einfach nur Geld drauf schmeißt in Form von Werbeanzeigen. Gut, das war die erste Strategie. Die zweite Strategie ist Google Ads oder Google Search Ads. Das heißt, das sind diese Werbeanzeigen, wenn du mal Googles, die oben quasi auftauchen oder die am Rand in Form dieser Shopping-Anzeigen auftauchen. Das ist wieder eine Strategie, die funktioniert besonders gut für Produkte, die, wer hätte es gedacht, oft gesucht werden. Weil Google funktioniert halt komplett unterschiedlich im Vergleich zu TikTok, Facebook oder Instagram. Bei Facebook, TikTok oder Instagram scrollst du durch dein Feed und du siehst irgendwas und du kaufst es. Du hattest aber vorher keinen Kaufabsicht. Du gehst ja nicht auf Facebook, auf Instagram oder hier auf YouTube, um irgendwas zu kaufen, sondern du willst erst dann hier Content konsumieren, dich unterhalten lassen. Und deswegen funktionieren diese Produkte, die im Regelfall jetzt besonders gut bei Facebook, Instagram oder TikTok funktionieren, nicht bei Google. Weil bei Google werden sie ja gesucht. Und bei Facebook oder Instagram wusste ich ja noch gar nicht, dass ich das Produkt gleich haben möchte, also gleich kaufen werde. Das heißt, das eine, was wir bei Google haben, ist ein Bedarfsprodukt, was ich kaufe, wenn ich es brauche, wenn ich aktiviere, wenn ich schon ein gewisses Kaufinteresse habe, so ähnlich wie bei Amazon. Und das, was ich bei Facebook und Instagram und TikTok habe, das sind Impulskaufprodukte, wo ich mich einfach spontan catchen lasse, ich lasse mich einfach beeindrucken von der Werbeanzeige und sage, boah, komm, kaufe ich jetzt einfach. Und deswegen funktionieren bei Google besonders gut diese Produkte, die eben einfach schon ein gewisses Interesse da sind. Das können dann auch gerne Produkte sein, die ein bisschen teurer sind, weil oftmals haben wir so dieses Impulskauf, hängt natürlich auch ab einem gewissen Preis, der am Ende an dem Produkt dranhängt. Das heißt, wenn du was verkaufst, 50 Euro ist es ja viel einfacher zu kaufen, als für 500 Euro. Bei Google hat ja jemand sowieso Kaufinteresse, nur vergleicht sich vielleicht einfach nur den besten Anbieter und kauft dann was für 500 Euro. Das heißt, da gehen durchaus ein bisschen höherpreisige Produkte, aber du musst halt eben diese Erfahrung mit Google Ads haben. Und Google Ads ist halt nicht einfach zu lernen, gerade für einen Einsteiger, weil du halt dieses komplette Bidding hast. Das heißt, du bietest auf einzelne Keywords, das heißt, den Suchbegriff, den man quasi eingibt bei Google. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hundebett bei Google suche, dann kann ich auf diesen Suchbegriff eben bieten und da gibt es eben diese Beat-Strategien. Das ist relativ schwierig, weil es natürlich dann auch Konkurrenz gibt. Das hast du bei Facebook, Instagram oder TikTok nicht, weil da steht deine Werbeanzeige für sich alleine quasi und du bist nicht am Buhlen mit irgendwie 200 anderen Leuten, die eben genau auf dasselbe Keyword eben bieten. Das heißt, Google Ads ist auch eine interessante Strategie, wenn du ein Produkt hast, was sowieso schon häufig gesucht wird. Dann auch sehr, sehr interessant, gerade von Anfang ist Influencer-Marketing, weil Influencer sind gut darin, den ganzen Tag so eine Art von Content, der einfach engaging ist, wo die Leute gerne dranbleiben zu produzieren. Und der große Vorteil an Influencern ist, dass Influencern grundsätzlich vertraut wird. Das heißt, wenn ich jemandem folge für einen gewissen Zeitraum, wenn ich dem seine YouTube-Videos konsumiere, du kennst vielleicht auch Influencer, die du schon ein, zwei Jahre verfolgst oder allgemein YouTuber oder sei es auch nur mich, wenn du mich schon drei, vier Monate hier verfolgst, dann hast du einfach ein gewisses Vertrauen natürlich gefasst. Und dann ist es ganz simpel, über Influencer etwas zu verkaufen, weil Influencer haben meistens eine beschäumte Follower-Schaft, eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, du hast weibliche, du hast männliche Influencer, du hast die in verschiedenen Alter, mit verschiedenen Interessen. Wenn du jemanden, der zum Beispiel jetzt die ganze Zeit irgendwas um das Thema Auto macht, dann wirst du halt super einfach haben, dort ein Autoprodukt oder ein Zubehörprodukt rund ums Auto zu verkaufen. Wenn du jemanden hast, der im Beauty-Bereich unterwegs ist, wirst du es halt ein bisschen einfacher haben, dort deine Beauty-Produkte zu verkaufen. Und Influencer sind A, gut da drin, wie gesagt, Content zu createn. Und zum Zweiten hast du einfach auch eine bestimmt definierbare Zielgruppe. Klar, wenn du jetzt die allergrößten Influencer nimmst, folgt ja jeder irgendwie so. Aber wenn du halt so ein bisschen nischige Influencer nimmst, hast du auch einfach den Vorteil, dass du deine klar definierte Zielgruppe hast und genau zielgerichtet die Influencer ansprechen kannst, die eben dein Produkt bewerben können. Also eine hervorragende Möglichkeit, gerade auch für den Anfang. Aber man braucht natürlich auch die Kosten, um so einen Influencer zu bezahlen. Das ist dann ähnlich wie Werbung schalten letztendlich. Die vierte Methode ist ganz klassisch Facebook-Ads. Und bei Facebook-Ads müssen wir verstehen, dass Facebook-Ads in 2023, 2024 und fortfolgend, der sehr, sehr, sehr schwierig geworden ist als Anfänger. Das ist eigentlich nur eine Strategie, die du richtig gut hinbekommst, wenn du Erfahrung hast oder du hast einen Mentor oder sowas in die Richtung, der dir einfach schon ein bisschen was sagt über das Thema Facebook-Ads. Facebook-Ads an sich ist eine super Strategie, weil Facebook sehr, sehr konsistent in den Ergebnissen ist. Und du hast gefunden, was gut läuft, das läuft ein halbes Jahr, das läuft ein Jahr, das läuft teilweise zwei, drei Jahre. Wir hatten Werbeanzeigen, die sind zwei, drei Jahre an einem Stück gelaufen, ohne dass wir irgendwas dran ändern mussten. Also Facebook liefert dir einfach konsistente Ergebnisse, dank des starken Algorithmus, den es natürlich auch lange eben auch schon gibt. Das heißt, nach wie vor Facebook eine der Top-Plattform, aber es braucht dann einfach mehr Aufwand, um profitabel zu werden, weil Facebook-Ads an sich einfach sich verteuert haben. Das heißt, die CPMs, das heißt, die Kosten, die du für 1.000 Impressionen hast, Kosten per Mill, also Kosten für 1.000 Impressionen, sind einfach deutlich höher als auf anderen Plattformen. Und daher brauchst du einfach Erfahrung, um das Ganze profitabel zu bekommen, außer du möchtest jetzt erstmal noch 10.000 Euro an den Start legen, um mal nur rumzutesten, rumzuspielen, was letztendlich funktioniert. Deswegen würde ich dir ganz stark empfehlen, wenn du mit dem Bereich Facebook startest, dass du auf jeden Fall dir jemanden an die Seite nimmst, der Know-how hast, der das jetzt auch nicht für dich macht, weil dann hast du es selber nicht gelernt, sondern dass du selber jemanden an die Seite nimmst, der dir genau zeigen kann, wie man Facebook-Ads eben auch erfolgreich schalten kann. In dem Zusammenhang dürfen wir natürlich nicht die fünfte Strategie vergessen, und das sind TikTok-Ads. Bei TikTok-Ads haben wir den Vorteil, dass die einfach super günstig sind und daher auch für Anfänge gerade, ja, relativ einfach zu schalten sind. Das heißt, du kannst mit wenig Budget einfach relativ viel rausholen. Das heißt jetzt nicht, dass man da nicht auch natürlich Budget einsetzen sollte, aber du hast bei TikTok einfach schnell die Möglichkeit, eine Werbeanzeige rauszuhauen, die durchzutesten für drei, vier Tage und du hast 10.000 Leuten erreicht und weißt eigentlich relativ fix, ob dein Produkt funktioniert oder nicht. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, weil du mit vergleichsweise kleinem Aufwand, klar, du hast relativ hohen Anführungszeichen Aufwand, aber du hast ein bisschen mehr Aufwand, um quasi diese Werbevideos an sich zu erstellen, wobei dafür gibt es auch Agenturen oder auch so eine Art Influencer, Creator nennt man die dann, die für dich solche Videos erstellen können. Den Aufwand hast du natürlich, aber dann kannst du sehr, sehr schnell einfach mal drei, vier, fünf verschiedene Produkte eben antesten und schauen, was für dich eben am besten letztendlich dann auch läuft, weil TikTok halt wirklich auf dieses schnelle Engagement ausgelegt ist. TikTok ist extrem kurzlebig, nicht im Sinne von, dass eine Werbeanzeige jetzt nicht nur zwei, drei Tage funktioniert, dann nie wieder, sondern dass TikTok einfach schnell Platz für neue Ideen oder Platz für neue Sachen eben schafft. Das heißt, du kannst da einfach relativ fix neue Sachen antesten und du hast nicht bei Facebook so eine Lernphase, wo erst mal sieben Tage lang überhaupt nichts passiert, wo du dann erst mal in die Gegend gekommen bist, etc., sondern bei TikTok kann das einfach relativ schnell gehen, so ähnlich wie es natürlich bei einem organischen TikTok auch ist, wo jedes einzelne organische TikTok quasi die Möglichkeit hat, viral zu gehen, hast du es bei TikTok-Werbeanzeigen in einer gewissen Art auch, dass es in der Form, dass es halt auch so schnelllebig ist und dir einfach schnell Ergebnisse bringen kann und auch günstige Ergebnisse und dadurch natürlich sehr attraktiv ist, wenn du es gerade am Anfang bist, du möchtest dich ein bisschen rumprobieren, dann ist TikTok-Ads eine der besten Sachen, weil auch die Zukunft ist, dass wir Real-Content haben werden. Also ich gehe ganz davon stark aus, dass diese ganzen klassischen Sachen, wie wir sie jetzt vielleicht heute kennen, also gerade Beiträge bei Instagram, mehr und mehr durch diesen Real-Content, wie wir jetzt bei TikTok sehen, eben ersetzt wird, weil Reels viel engagender sind. Muss man überlegen, wie viel Zeit verbringst du damit, bei Instagram nach unten zu scrollen versus wie viel Zeit verbringen Leute damit, auf TikTok nach oben und unten zu scrollen, also nur nach unten zu scrollen und einfach bei den Videos dran zu bleiben. Einfach so Kurzvideos, 15 bis 30 Sekunden, weil die natürlich deutlich mehr engaging sind, als jetzt nur irgendwelche Bilder. Dasselbe wird vielleicht auch für Facebook demnächst gelten. Der Staubverstand letztendlich ist dort einfach die Werbeanzeigen zu erstellen, das heißt die sogenannten Creatives müssen einfach on point sein. Das ist übrigens der Grund, warum wir mit unseren Kunden einfach so eine Art Regieanweisung tatsächlich schreiben oder so eine Art Drehbuch, also Mini-Drehbuch kann man sich das quasi vorstellen, dass wir den Creators mit auf den Weg geben, weil du willst selber im besten Fall nicht irgendwelche Werbvideos selber filmen müssen, da möchtest du nicht hinsetzen, so kannst du es einfach an jemanden abgeben, der für 40, 50 Euro nimmt und daher, dabei diese Creatives eben so on point sein müssen, schreiben wir tatsächlich mit unseren Kunden gemeinsam Drehbücher, die wir dann eben den Creators geben, sodass sie das perfekte 15 bis 30 Sekündige Video eben daraus machen können. Das ist halt der Krux an der ganzen Sache, wobei du dieses Thema bei Facebook letztendlich auch hast, auch da brauchst du ein Werbvideo, auch da brauchst du einen Text, das heißt diese ganze Form von Creatives erstellen, also Werbeanzeigen erstellen, das ist immer eine Sache, die muss man in jedem Fall beherrschen, die muss man auch für TikTok organisch beherrschen, weil auch eine organische Anzeige, also ein organisches TikTok ist meistens auch eine gute bezahlte Werbeanzeige, weil es einfach engaging ist. Bei der Werbeanzeigen ist das Wichtige, dass halt die engaging sind, dass die Leute einfach dranbleiben, dass du sie irgendwie abholst, dass die Leute halt catcht, weil eine langweilige Werbung, für die interessiert sich keiner. Und deswegen, long story short, du musst einfach in der Lage sein, richtig geile Creatives zu bauen. Und das ist das, warum ich auch auf einen extrem großen Fokus drauf lege, dass man einfach sehr, sehr gute Creatives bauen kann, dass man gute Texte schreiben kann, dass man gute Videos erstellen lässt, dass es einfach ein rundes Bild letztendlich gibt. Wenn du da jetzt auch gerne mit starten möchtest, mit dem Bereich Thema E-Commerce, Thema Dropshipping, da einfach gerne Unterstützung hättest, für dich auch die richtigen Marketingstrategien, für dein Produkt jetzt auszuwählen, oder grundsätzlich überhaupt mein Produkt auszuwählen, dann melde dich bei uns einfach unter econventures.de für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch, können wir gemeinsam schauen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, und dann auch gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln. Und bis dahin, sehen wir uns hier im nächsten Video. Bis dahin, wünsche ich dir eine gute Zeit, und viel Erfolg bei der Umsetzung.